So Leute, willkommen zu einem weiteren Part von The Last of Us in Multiplayer, da heute Sonntag ist. Da gibt es heute wieder einen Part, wo ich alleine kommentiere, ohne die drei anderen Pappnasen. Ähm, ich hab mir gedacht, spielen wir mal Überlebender. Ich glaube, das wird ein großer Fehler sein, aber keine Ahnung, ich hab irgendwie Lust auf Überlebender. Danke, hab ich mir zuerst überlegt, so vielleicht Verhör, aber dann so, ne, 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 Verhör doch lieber nicht. Bleiben wir bei Überlebender. Und ja, das machen wir, seht ihr, ich hab ein cooles Zeichen, da so ein X mit einem Stern, bin ich nicht der Beste, ich bin schon der Beste, oder? Kann das sein? Ja, es kann sein. Ja, schauen wir uns kurz meine Ausrüstung an. Ne, 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 okay, gut. Hab alles, was ich will, gut. Überlebender, mal schauen, wie ich mich schlage. Hab ich schon mal Überlebender gespielt? Ja, ich hab schon Überlebender gespielt, alleine, ohne die drei anderen. Aber wirklich sehr, 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 sehr selten, ich glaube erst ein oder zwei Mal oder so. Und mal gespannt bin ich sein Tun mit guter deutscher Grammatik Ob ich hier irgendwie was reißen kann Oder ob sie mir mein kleines Popolöchchen aufreißen Um es mal so auszudrücken Also von mir aus könnten wir jetzt so langsam So langsam aber sicher könnten wir ein Spiel finden Ich schau mal was es hier sonst so für Embleme gibt Keine Ahnung habe ich mir nie so richtig durchgesehen Gibt es vielleicht einen Seehund Wenn es einen Seehund gibt dann wähle ich glaube ich den als Emblem El Diablo eine Flamme Ein Auge Ein Molotow Cocktail Ein Männchen Sniper Dann so ganz viel Zeugs Das sieht aus wie so eine Maske von den Ninja Turtles Ich habe schon alle Embleme freigeschaltet Okay Tarnkappenmaske Okay Oh Hey da will jemand mit uns reden Äh Kontrollpunkt ja Ich habe gerade keinen Bock auf Legs halt mal Boah Easy Samuel Samuel Ursulao Ganz locker Ich wollte eigentlich heute Boah Halt die Klappe Ich wollte Das gibt es doch nicht Das gibt es doch nicht Ich kann die nicht nur stumm schalten Ähm Ich wollte heute eigentlich äh Beyond Two Souls die Demo hochladen Aber leider ist die nur in Deutschland verfügbar für PS Plus Mitglieder Da hat mir ein netter Zuschauer äh Da hat mir ein netter Zuschauer äh Da die Idee äh seinen Account kurz geliehen Damit ich mir die äh runterladen kann Und was ey das muss ich echt Oh das gibt es nicht das muss ich ausstellen das gibt es doch nicht Halt die Klappe Mann Ganz ehrlich Sorry dass ich jetzt so ausgefallen bin aber Das nervt Äh Optionen Oh Mann Okay ne jetzt höre ich es gar nicht Gut Jetzt habe ich ein bisschen Zeit verschwendet wegen dem Idiot Mann Entweder man redet da rein Oder man schaltet es aus aber so diese Störgeräusche kann keiner gebrauchen Junge Ähm Danke nochmal an dich falls du zuschauen solltest Aber es hat nichts gebracht Und ich bin ein bisschen depred Ich habe zwar die Demo schon vor einem Monat oder so gespielt aber ich weiss nicht Ich wollte sie halt nochmal spielen Oh Mist ich habe ja gar nicht ähm Dingens Handwerker Sondern Heiler So jetzt müssen wir aufpassen Nicht dass ich schon so früh im Spiel sterbe Da ist einer Oh Der hatte wohl die gleiche Idee wie ich Aber nichts da junger Mann Das wird nicht so klappen wie du es dir vorstellst Einfach mal wild drauf los hier klicken Vielleicht markiere ich ihn ja durch Zufall Ich sehe ihn ja nicht Ich will nicht Okay Da ist einer So komm Den holen wir uns Probier doch mal Rauch aus Sehr schön Sehr schön Den haben wir Zupi Schon mal einer down Komm Oh komm hol dir den Vorräte Sehr gutes Deutsch Hol dir die Vorräte wollte ich sagen Okay die haben noch eine entdeckt Die machen das mit dem Markieren eigentlich ganz gut Muss ich sagen Äh was kann ich denn noch basteln Einfach basteln wenn man es kann Weil die Dinger Oh ist das laut die Dinger verschwinden sowieso am Ende der Runde Und so bekomme ich wenigstens noch 60 Punkte Das ist besser als gar nicht Also ich könnte nochmal eine Wir haben jemanden gehitzt Hier nochmal Ich habe keinen geschaffen Oh Mist 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 Heilen Ziemlich schnell Ziemlich schnell Aber ja Es geht um das Teamwork Natürlich geht es um das Teamwork Ich weiss nicht Ob hier überhaupt Heilen so nützlich ist Oder ob da vielleicht Ey danke Danke Homeboy Oder ob da vielleicht sowas wie Handwerker besser wäre Und Mist Mist Er ist ziemlich schnell vorgerannt Der Junge Aber das schaffe ich niemals Den zu Äh äh Und Messer kann ich mir auch nicht basteln Also gehe ich erstmal hier an die Kiste Während die sich schon mit den Gegnern befassen Könnte theoretisch schon sein Dass sie alle Gegner töten Bevor ich irgendwie noch in die Nähe komme Aber wenn dem so wäre Ja dann wäre es halt so Dann wären sie ziemlich gut Und was soll ich dann machen So Ich hab schon mal eine Rüstung Das ist gar nicht mal zu schlecht Ich heil dich mal Junge So Wenigstens ein paar Teilchen Kein Problem Musst euch nicht bedanken Ich bekomm ja auch Pünktchen So komm Dings markieren Und markiert den doch Feuerfly aufpassen Ich hätte ihn abschießen können Aber irgendwie hat Äh die 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 Dings nicht mitspielen wollen Meine Steuerung wollte nicht mitspielen Komm Den hab ich Komm Ich hab mich erwischt Ja sehr schön Und der ist meine Schnell weg Schnell weg Schnell weg Schnell weg Schnell weg Ok gut 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 das hat noch geklappt Uiuiuiuiui duiuiuii Das war knapp aber wenigstens haben wir es geschafft der wollte mich heilen ja tut mir leid aber ich kann mich schneller heilen als du mich heilst er hat heilung nur level 2 und da heile ich mich lieber selbst ist jetzt nicht irgendwie so mega egoistisch gemeint dass ich ihm keine punkte gönne aber ich muss auch an mich denken ja komm ich hab ihn getroffen ich habe ihn nicht gesehen wegen meinem ok 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 nee den kekler nicht weg 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 verdammt 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 komm alles gibt es nicht der hat eine machete wieso hat er eine machete hilf mir dankeschön und er mit dem höchsten level ist auf den letzten platz sehr geil dankeschön danke junge sehr nett mein team ist gar nicht mehr so schlecht muss ich zugeben ich bin nicht wirklich gut aber die machen das die machen das ordentlich würde ich sagen ich bleibe jetzt mal bei heiler aber ich glaube eigentlich dass es nicht die bessere wahl ist nichtsdestotrotz jetzt habe ich mal mit heiler angefangen und ich bleibe einfach mal dabei so die sind schon wieder im schuss gefecht so schnell möchte ich aber nicht zum gegner kommen hier hier und molly jo endlich mal was richtig gutes dass ich da vorzuweisen habe obwohl rauchbombe und messe waren bis jetzt nicht schlechte nicht schlechte nicht schlecht haben keine schlechten dienste geleistet sie haben sogar relativ gute dienste geleistet aber ich habe zwar nicht gesehen habe ich habe die r1 taste gedrückt zum beispiel hat das teil nicht geworfen hier müsste der gegner sein da habe ich ihn gesehen ich weiß nicht habe ich ihn gesehen ich glaube es ist relativ sicher hier habe hier noch mal zwei wingmen falls irgendwas schief auch ich hasse es dass bei überlebenden immer so wenig zeugs da ist er hat erstmal seinen molly verflossen sein zweiter hat er fast betroffen oh sehr gut sehr gut ombre komm schon kommt jemand raus nein nein ich habe nur ganz leicht erwischt ich brauche medikett ich brauche medikett ok hier und schnell heilen sehr gut ok let's go probiert mal rauch habe jemand getroffen nein ich hatte den ok wenigstens hat er noch exekutiert oh das war richtig blöd man na gut was sollte ich da machen schauen wir mal wie sich unsere freunde schlagen sehr gut dieser nikion ist glaube ich gar nicht mal so schlecht oder nee der ist richtig gut der junge gut gemacht minium kubai yan yan und sehr schön ich werde wahrscheinlich hier sogar letzter werden aber was soll man machen ich habe jetzt ich brauche jetzt auch nicht unbedingt mega viele vorräte und ja keine ahnung wir können ruhig mal sterben also ich hätte nichts dagegen wenn wir die runde jetzt verlieren würden sonst wird es halt ein kurzer und knackiger part ist ja auch nicht so schlimm und dann wieder morgen am montag ein part mit den drei pappnäschen das wird dann hoffentlich ein bisschen längerer part dann ich weiß gar nicht ob es ein längerer part ist vielleicht ist es wieder ein ganz kurzer part aber sei es drum gibt schlimmeres hauptsache im part im part ist ein part ob ich jetzt irgendwie dahinter noch zehn minuten black screen einbaue oder nicht ist ja im grunde genommen egal finde ich zumindest so basteln wir so eins und habe ich jetzt genug für eine rüstung ja sehr schön passt perfekt so dann wollen wir doch auch mal ein bisschen offensiver agieren ich glaube es wäre auch egal wenn ich hier sterben würde weil die anderen würden das zu drei zu dritt zu dritt auch richtig gut machen von dem her kann ich gerne auch sterben obwohl ich natürlich nicht gerne sterbe ich habe die gleiche idee nein ich habe keine munition Ich habe keine Munition! Schnell rein! Nein, nein, nein! Geh weg, geh weg! Komm, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ich drück hier auf die Markieren-Taste, aber es klappt nicht. Komm, hier! Triff ihn! Sehr schön, den hol ich mich! Ja! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Nein, nein, er hat mich, er hat mich! Wieso hat er mich? Los, renn! Komm, warte, warte, hol mir! Okay, komm her! Oh, Alter! Ich bin ein Idiot! Ich bin ein Idiot! Das gibt's nicht! Komm her, hombre! Hilf uns beiden! Nein, nicht mehr töten! Nein! Oh, Mist! Okay, jetzt eins gegen eins! Mal schauen! Mal schauen! Mal schauen, dass man ganz wenige hat! Vielleicht reicht es mir nochmal, um eine Rüstung zu kaufen! Wäre ganz nett, finde ich! Aber muss jetzt nicht sein! Aber wär nett! Wär nett! Wär nett! Hey, es gibt echt so wenig Vorräte hier in diesen ganzen Kistchen! Das ist unbeliebt! Hey, sag mir doch mal, was habt ihr eigentlich für ein Set! Welches Set könnt ihr wirklich empfehlen? Ich hab mal so ein richtiges Sneaker-Set, also so ein Schleich-Set mir zusammengebaut! Auch wenn ich damit überhaupt nicht klargekommen bin! Ich hab versucht, die Gegner zu messen! Die haben mich mehr oder weniger immer gesehen und... Ey, danke für den Molly! Warte! Danke! Danke, Comprado! Comprado! Dankeschön, lieber Comprado! Komm! Komm her! Er heilt er, Junge! Er heilt er! Bleib hier! Bleib hier! Er heilt er! Er heilt er! So! Okay! Komm! Bleib hier! Oh, der ist tot! Der hat's auch mit mehr zu machen und so! Na gut! Ey, bei denen ist ja einer weg! Was ist das für eine Lusche, Mann! Komm, hier! So! Und? Weg mit dir! Sehr schön! Damit wäre der Sieg unser! Wir haben gewonnen! Und... Ich hoffe, der Part hat doch gefallen, obwohl er ein bisschen kürzer war! Boah, halt mal die Klappe, du mit deinem scheiß Mic! Oh, das gibt's nicht! Am Ende gar nicht mal so wenig vorrätend! Neunze... Was? Was hast du gesagt? Sprech mit uns! Sprech mit uns! Los, Samuel! Was ist dein Problem? Oh, nee! Wieder so originellen Namen! Oh, ganz ehrlich! Gut! Das war's mit diesem Part! Ich hoffe, der hat euch gefallen, obwohl er... Ja, so kurz war der gar nicht! Ich hoffe, der hat euch gefallen, obwohl ich ganz alleine war! Wir sehen uns im nächsten Part, meine lieben Freunde! Bis dahin! Alles Gute! Und... Tschüss! 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 Tschüss!